Intro Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XV. Wir sind hier bei Episode 107. In der letzten Folge haben wir diesen Dungeon angefangen, haben drei Glühwürmchen gesammelt und sind, nun ja, zum Königsgrab gegangen und haben da eine weitere Königsgab mit so einen fetten Schuriken geholt und mit den Glühwürmchen sieht das schon irgendwie geil aus, muss ich zugeben. Aber egal, mir geht's wieder einigermaßen gut. Ihr könnt es wahrscheinlich in meiner Stimme hören. Ich bin immer noch angeschlagen, aber wenigstens ist der Schnodder weg. Stimmt, ich kann nicht trainieren. Ja, super. Dann warten wir jetzt mal schön bis morgen. Wir warten bis morgen. Ja, genau. Zelten. Dat will ich. Und nichts anderes will ich. Ich stehe nicht so auf Muscheln. Na komm. Hm, das sieht schon lecker aus. Aber ich bin satt. Ich hatte gerade eine fette Pizza und die war geil. Ah, die sind eigentlich auch schon für 64. Bisschen schade, dass Gladio die ganze Action verpasst. Höh, ein bisschen Wasser trinken. Nox, das hat gestern eines seiner Lieblingskriege gegessen. Der Kommando-Balken fühlt sich deshalb heute schneller. Oh, das ist cool. Ich habe gut geblieben. Ich habe gut geblieben. Wenn ich mit dem Schaden gehe, dann kann ich die Stimme erheben. Ja, es regnet. Lass uns verschwinden. Aber zuerst. Gucke ich in meine Magieabteilung. Mir fehlt eindeutig Feuer. Ja, also mache ich mir ein bisschen Feuer. So, und welche Zutat? Auf jeden Fall keine Medizin, keine Essenszutaten. Ich habe 59 davon. Ich habe so viel Zeug, das ist unglaublich. Hä? Wo waren die? Hä? Bin ich blind? Ne, 39. Ah, das wird es schon tun. So, dann kann ich gleich nämlich hier... ...mich... ...gültig tun. ...dann besagten Elementen. Dann besagten Elementen. Ich müsste bei dem Regen... ...warte, warte, warte. ...warte, warte. ...warte. ...warte, warte. ...warte, warte. ...warte. ...warte, warte, warte, warte... ...warte! ...warte, warte, warte! ...warte, warte! ...warte! ...warte! Oh lo, da bin ich gerade aufs Mikro gekommen. ...warte, warte! Gut, wo geht's zurück? Hier. Hier lang, hier lang geht's aus dem Dungeon raus. Ja, ich muss schon sagen, der war schon relativ easy. Okay, Prompto, wirst du bitte. Okay, das war's. Ja, das war's. Das war's. Lol. Prompto kann die... ...eigenendlich so easy fertig machen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da schnupfen ist wieder da. Egal, Wurst! Ähm, wie Käse. So halt nur ein kleiner Dungeon. Juuu! Das find ich aber nett, dass du auf uns gewartet hast. Ja, chill. Chill. Chill, Diamond Base. Hö, bis. Hm. Äh, ne. Wespen, ich hasse Wespen. Verschwindet, ihr Bestien! Dankeschön. Okay. Sorry, aber ich muss eurem Leben ein Ende setzen. Komm! Schwarzes Loch! Schön! Hm-hm. Wo-hm. Woh. Wie? Woh... Woh... Woh! Woh. Woh... Woh! 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 Was ist das? Kommtos Fähigkeit ist. Cool. Das ist cool. Und jetzt bitte hör auf vergiftet zu sein. Das sagt ein wenig, weißt du. Du vergiftet. Der Koch vergiftet. Das ist das Irone. Das ist das Irone. Das ist das Irone. Das ist das Irone. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Wo kommt man lang, wenn man sich entscheidet, hier entlang zu schwimmen? Eine Angelstelle. Interessant. Ich würde das auch echt lieber bei gutem Beta tun. Aber naja. Wir werden so oder so nass, während wir auf den Dingern reiten. Mh. Hm. Mh. 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 Wandelplatz. Hm. Hier ist nix. Hm, hinten war auch nichts. Also, weiter. Hm. Schade, ich hatte ja eigentlich mehr vermutet. Hm. Da kann man dann wohl nix machen. Aber hey, ist das ein cooler See, immerhin. Hätte ich das doch nur früher gewusst, dass man mit Chocobos auch schwimmen kann. Dann. Wäre ich wahrscheinlich auch früher mit denen schwimmen gegangen. Sag, Yoi-Sago. Aber wie lange will es denn noch regnen? Mieses Wetter. Es regnet ja schon den ganzen Tag. Oder ist das normal so in den Mangroven? Hm, man wird's sehen. Das ist das. Noch ein Angelpunkt. Mann, gibt's hier viele Angelpunkte. Und eine Mauer. Das hier heißt nicht viel Gutes. So viel weiß ich schon mal. Mauer und Spikes, die verhindern, dass wir hier weiterkommen. Hm, lasst uns suchen. Eine Möglichkeit hinein. Früher oder später werden wir reinkommen, so viel steht fest. Irgendwo ist ein offensichtlicher Eingang hier vielleicht. Das ist doch kein riesiges Ungeheuer, das Chocobos frisst, oder etwa. Doch. Das hier sieht doch noch ein Eingang aus. Oder auch nicht. Komplett abgeschnitten, komplettes No-Go. So leid es mir tut. Ab hier werde ich jetzt erstmal absteigen. Sieh mal einer an. Ein weiterer Dungeon. Da komme ich auf jeden Fall rein. Interessant ist das auf jeden Fall. Wie viele Dungeons es hier gibt. Also ich wäre dafür, da reinzugehen. So, antik wie das aussieht. Hat man hier bestimmt eine Menge Fun. Und unsichtbare Wände. Ja, erinnert mich doch. Okay, hier kommen wir also so früh nicht rein. Schade eigentlich. Ich glaube, hier machen wir nicht. Hm, wenn du das, was auch immer. Oh, das stimmt. Auf der links. Es gibt viele敵er. Danke! Ich bin bereit. Das ist immer wieder zu sagen. zu viel Schaden verursachen. Okay, Framto. Nice. Geschafft. So, weiter geht's. Hier war etwas. Etta. Ein bisschen erinnert mich das ja auch an das Dagobah-System. Und wem das nichts sagt, der soll bitte sich... Der soll in ihr in die Ecke kriechen und sich schämen. Okay? Also. Ähm. Hey. Hey. Das fühlt sich echt schnell. Hey. Come. Geh drauf. Ja. Das ist ein bisschen schwerer. Ich bin so schnell. Ja. Das ist so schnell. Das ist so schnell. Ich bin dann schnell. Boah, regnet jetzt hier die ganze Nacht, oder was? Scheint so. So, das hier hätten wir... Vielleicht können wir ja jetzt rein. Jetzt, wo es Nacht geworden ist. Interessant wäre es auf jeden Fall. Und... Nein, natürlich nicht. Scheißpanzer. So, außer dem Dreierpack gibt es ja so nicht mehr viel zu tun. Vorerst. Ich wollte das schon genug sein dürfte. Ich weiß nicht. Okay. Und platt. Hm. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Interessant. Die Frage, die ich mir hier stelle, ist, warum uns das Imperium dieser Region abgeriegelt? Ja, normaler Sicher. Los! Los! Jetzt noch einen. Lasst die, los! Endlich! Jetzt kommen wir los. Zukunft kommt! Okay, prompto. Fronto! Das ist nicht gut. Und gleich nochmal. Was für Noobs. Naja. Das kommt gerade von mir, der nicht mal bemerkt hat, dass die Viecher gedroppt worden sind. Praktisch nur bin ich dann auch dein Noob. Was für Noob. Ich habe keine Gelegenheit. Los geht's! Ich habe einen Fremden. Ich habe einen Fremden. Es ist ein Fremden. Ich habe einen Fremden. Ich bin ein Schmuck! Ich bin ein Schmuck! So, wieder? Ich bin ein Schmuck. Ich bin ein Schmuck! Abonnieren! Das ist gut für mich! Aber wäre es wichtig! Dann können Sie nichts mehr tun. Ich habe mein Lied! Ich habe es gelegt. Ich habe uns gewaltt. Ah, das war ein harter Kampf. Wir sollten nicht zum Lager zurückkehren. Hm. Hier ist es auf jeden Fall ziemlich bergig. Und was ist das? Spiegelpilz. Das ist ja irgendwie irgendeine Krankheit. Ah, naja. Ich hoffe, Chocoball. Juuu. Äh, noch mal. Würdest du bitte aufsteigen wie ein normaler Mensch? Oh, ich bin schon mal. Guck mal, ich bin schon mal. Okay, ich bin schon mal. Auf jeden Fall. schon das lagerfeuer die nacht bleibe gut dass ich die dinge herausheben und seinen schönen rauch das war ein tag alter aber was für ein tag das geht doch gut aus obwohl das sieht sogar noch besser aus die rechte sollten wir zu zahlreicher haben lecker so und ich würde mal sagen das war es dann auch wieder für diese folge ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen uns auf jeden fall beim nächsten mal wieder bis dann oder haut rein ihr seht die besten und das ist wieder so beim tuk mit dem chokopin bye bye so 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 so